Einmal noch falten, genau hier am Flügel. Der beste Papierfliegerfalter hat's wieder geschafft. Tada! Oh, toll, Didi. Ich bin auch fertig. Ich mach noch einen. Oh, er ist super toll. Eure sind alle toll. Nur meiner nicht. Ich kann das nicht. Ich krieg das einfach nicht hin. Ach, jetzt komm schon, Leo. Fipsi und ich können das nur so gut, weil wir es immer wieder probiert haben. Du musst es einfach weiterüben. Dann faltest du auch bald tolle Papierflieger. Vielleicht sogar noch bessere als wir. Das stimmt nicht. Er ist super blöd. Ach, so schlecht ist er nicht. Er ist, äh, anders. Oh, na ja. Okay. Seht ihr? Fertig. Leo, hier bist du. Guckt mal. Wow. Er ist, er ist super. Wie hast du das nur geschafft? Ich hab's immer weiterprobiert. Immer weiter. Und jetzt ein neuer Wettflug. Haha. Hahaha. ARD Text im Auftrag von Funk